In meinem letzten Video hatte ich euch ja meine Lösung zur Bedienung des Speerschiebers an dieser Kreissäge mittels Baudenzug gezeigt. Man drückt einfach diesen Hebel hier runter, dann geht der Speerschieber auf. Und um den Speerschieber wieder zu schließen, drückt man einfach noch einmal, dann geht der Speerschieber wieder zu. Im heutigen Video geht es aber um die Lösung bei der anderen Kreissäge. Und das war sogar der erste solcher Mechanismus, den ich gebaut habe. Und er funktioniert etwas anders. Zum Öffnen des Speerschiebers drückt man diesen Hebel nach unten, dann rastet der Mechanismus ein. Und zum Schließen zieht man einfach wieder nach oben und er löst sich. Und der Speerschieber funktioniert auch ganz anders. Ich habe mir die Geometrie wieder aufgezeichnet und übertrage sie jetzt auf ein Stück Birken-Multiplex. Und dann rastet der Mechanismus. 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 Hier teste ich jetzt einfach mal, ob die Teile richtig ineinander greifen und alles passt. Diese Klinke wird von einer kleinen Feder nach oben gedrückt. Jetzt übertrage ich die Lochpositionen auf die späteren Seitenteile der Mechanik. Das Bohren der Löcher habe ich nicht gefilmt. Das sind die Abstandhalter für die Seitenteile. Ich klebe fast alles mit Sekundenkleber, weil es einfach extrem schnell geht. Die Feder wird von diesem Dübel in ihrer Position gehalten. Das hier wird der Anschluss für den Bautenzug. Zuerst ein größeres Loch für die Hülle, das nur ungefähr zu drei Vierteln durchgeht und dann ein kleines Loch, durch das das Zugseil durchgeführt werden kann. Und natürlich kriegt das Ganze seinen obligatorischen Golfballgriff für die besondere dynamische Note. Den habe ich dann noch rot angesprüht und jetzt wird er mit Epoxy eingeklebt. Jetzt ist die Mechanik auch schon fertig und kann an den Speerschieber angeschlossen werden. Die Herstellung des Speerschiebers habe ich leider nicht gefilmt, aber ich kann euch ja zumindest zeigen, wie er funktioniert. Dieser Speerschieber wird ebenfalls durch ein Stück Theratube grün wieder zugezogen. Da der Weg hier aber wesentlich kürzer ist, kann der Gummi auch schon kurz sein. Das Zugseil ist leider von der Montage des Prototyps von dem Mechanismus, den ich eben gebaut habe, ziemlich ausgefranst, sodass ich es nicht durch das kleine Loch durchfädeln kann. Also tausche ich es einfach aus. Ich hätte in den Anschluss für den Baudenzug auch einfach einen Schlitz zum seitlichen Einfädeln rein sägen können, wie ich es bei diesem Klötzchen gemacht habe. Das ist mir aber in dem Moment leider nicht eingefallen. Und jetzt kann der neue Baudenzug schon mit der Mechanik verbunden werden. Das Drahtseil wird einfach durch eine Holzschraube mit Unterlegscheibe festgeklemmt. Und hier ist die Mechanik in Aktion. Das ist ganz schön! Und dann Das wird sich in 100 Jahren nicht abwetzen, vor allem weil man schon durch das Anfassen den Druck von der Klinke nimmt. Zur Montage an der Kreissäge habe ich noch diese Klammer gebaut. Und der Mechanismus kollidiert nicht mit dem Schwenken der Kreissäge. Okay. So, jetzt kommt es gut. Untertitelung des ZDF, 2020